Immobilien im alten Rom, das erzähle ich immer so gerne, sind die Menschen, die geschickten Kaufleute, Feuerwehr, also den Löschzügen, die geschoben worden sind, hinterhergelaufen, um brennende Häuser von den Eigentümern abzukaufen. Weil das der beste Augenblick war, ein günstiges Immobilien zu kaufen im alten Rom, im Kaiserreich. Wie makaber, aber wahr. Und Immobilien verschaffen mir ein passives Einkommen. Bei Aktien, jetzt ist gerade wieder so Dividendenzeit und alle schreiben, ja und da wieder hat die Dividende zugenommen, da hat sie abgenommen. Bei einer Immobilie weiß ich in der Regel, was ich mindestens in den nächsten Jahren jeden Monat an passiven Einkommen bekomme. Das heißt, für einfache Menschen, die die Mathematik jetzt nicht großartig beherrschen, werden es schnell verstehen, was ich bekomme und was für Kosten ich habe und ob sich das lohnt. Gut, aber ich habe euch gesagt, ich erkläre euch, wie ihr eure eigene Rentenanstalt werdet. Wer hat alles einen Versicherungsvertrag, so Rente, Riester-Rente, wer hat alles so einen Vertrag abgeschlossen? Mal, würde ich mal gerne wissen, haben wir alles, mal traut euch ruhig, ich verhacke euch nicht auf euch rum. Gut, in der Regel passiert folgendes, wenn ihr einen Rentenvertrag abschließt und dann werdet ihr auch noch mit dem ganz tollen gelockt, ihr kriegt das steuerlich gefördert und ihr könnt das steuerlich absetzen und das geht vom Brutto ab. Aber was passiert tatsächlich, wenn ihr mal kurz meine erste Folie einblendet? Nehmen wir mal die nette Frau Müller. Die Frau Müller rennt zu einem Versicherer und sagt, ich möchte für meine Rente vorsorgen und dann schließt sie einen Rentenvertrag ab. Und da gibt es diverse Arten und da möchte ich gar nicht darauf näher eingehen und zahlt fleißig, sagen wir mal im Alter von 22 Jahren, hat ihren ersten Job, zahlt sie in ihren Rentenvertrag ein. Und die gute Rentenanstalt zieht das jeden Monat, dieses Geld ein, sagen wir mal 150, 200 Euro. Was macht denn die Rentenanstalt in der Zwischenzeit, die Versicherung mit meinem Geld? Richtig, sie kauft eine Immobilie oder viele Immobilien. So, und die zahlt immer weiter, weiter jeden Monat. Und wenn ihr mal auf die nächste Folie springt, die Frau Müller geht in Rente. 40 Jahre später geht Frau Müller in Rente und was macht die Rentenanstalt, wenn sie fair ist? Sie zahlt mir einen Bruchteil meiner Einzahlung dann aus, weil ein großer Teil dieser Einzahlung muss ich erst mal die Versicherung bezahlen, den Vertrieb bezahlen, den sie abgeschlossen hat und so weiter und so fort. Und einen Bruchteil dieser Einzahlungen bekomme ich dann monatlich ausgezahlt. Und zwar mit meinem Geld. Die haben eine Immobilie von meinem Geld bezahlt und die bekassieren von den Mieten. Geben die ein Teil der Mieteinnahmen jetzt an die Frau Müller. Das heißt, sie haben von meinem Geld eine Immobilie gekauft, von eurem Geld und zahlen euch jetzt eure Rente. Clever, ne? Leihen mir heute das Geld. Ich kaufe eine Immobilie und sage, okay, wenn ihr in Rente geht, zahle ich euch das. Hammer. Und jeder macht es oder ganz viele Leute machen es, denken gar nicht drüber nach. Denken überhaupt nicht drüber nach. Aber jetzt kommt ja noch was viel Schlimmeres. Was ist denn, wenn die Frau Müller verstirbt? Wem gehört denn die Immobilie? Wer kassiert denn dann die Mieten weiter? Geht mal, springt mal eine Folie weiter. Nach dem Tod, was passiert? Kriegen die Erben, die Kinder von der Frau Müller die Immobilie geschenkt oder die Mieten? Nein. Die sagen, Dankeschön. Wir müssen nicht mehr zahlen. Und ihr habt nichts euren Nachkommen hinterlassen. Als ich dieses Spiel verstanden habe, habe ich gesagt, hier läuft irgendwas falsch. Und Gott sei Dank habe ich dieses Spiel verstanden und habe gesagt, das möchte ich ändern. Und wenn ich in frühen Jahren, Gott sei Dank habe ich es mit 18 gemacht und ich habe damals, wie gesagt, nicht viel darüber nachgedacht. Aber hätte ich das damals schon, dieses Spiel verstanden, hätte ich noch viel, viel mehr gekauft. Aber irgendwann kommt man auch selber so in eine Couch-Komfortzone und sagt, ja, dann hat man genug Immobilien und so weiter. Und als ich meine erste Immobilie bezahlt habe, ich hatte ja immer Angst. Und das ist, jetzt kann jeder sagen, du hast so viel abbezahlte Immobilien, das ist dumm. Ich habe den großen Teil oder fast alles abbezahlt, aber ich habe tatsächlich zwei neue Kredite aufgenommen, um es mal wieder zu üben. Auch das muss man wieder üben, Kredite aufzunehmen. Das klingt makaber, aber ich musste auch lernen, wieder wie ein Investor in manchen Dingen zu denken. Weil ich hatte immer Angst, meine Eltern hatten mir das erste Geld für die ersten Immobilien zum Teil geliehen. Und ich hatte Angst, dieses schwer ersparte Geld von meinen Eltern zu verlieren. Und das war die Geschichte, warum ich immer gesagt habe, ich möchte das sofort abbezahlen, damit ich das Geld meiner Eltern nicht verliere. Und das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Mein ganzes Leben. Weil nach zwei Jahren habe ich die Wohnung abbezahlt. Ich habe ja alles Geld, was ich verdient habe, da reingezahlt in die Wohnung, damit ich sie so schnell wie möglich abzahle. Und dann nach zweieinhalb Jahren habe ich sie abbezahlt, die 70.000 Mark Kredit. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, jetzt habe ich sie abbezahlt und jetzt kaufe ich mir ein richtig tolles Auto. Jetzt war ich mittlerweile 20, ich habe mir ja nichts gegönnt. Und dann hat mein Vater, ist er mit mir zu einem Kuhhändler gegangen in Bosnien, als wir im Urlaub waren. Und hat mit mir zusammen ein Kuhfell gekauft. Das liegt heute noch in meinem Büro, damit es mich immer erinnert, wo ich herkomme. Wo ich auch wieder zurückfallen kann. Weil nochmal, Geld aufbauen ist eine Sache. Geld halten, was ganz anderes. Weil da kommen uns so viele dumme Floskeln in den Kopf. Dann kaufen wir uns ein teures Auto. Und dann kaufen wir uns ein noch teureres Haus. Und die Nebenkosten steigen und so weiter. Und dieses Kuhfell soll mich immer daran erinnern, wo ich herkomme. Oder meine Familie. Und wo ich auch wieder zurückfallen kann, wenn ich nicht gut mit Geld umgehe. Und das war dann der Anschluss. Da hat mein Vater gesagt, okay, ich habe die Message verstanden. Kein neues Auto. Aber ich kaufe mir auch keine Kuh. Dann kaufe ich die nächste Wohnung. Also davon verstehe ich dann mehr. Und dabei bin ich dann auch geblieben. Und habe dann weitere Immobilien gekauft. Und habe das dann auch Ganze gemacht. Und da habe ich dann auch geblieben.